Ja, Leute ihr habt doch schon keine Feile. So, Blasrohr heißt dieses Spiel und damit sind auch hoffentlich alle schlechten Witze gemacht. Mir fallen einige ein. Ich sag nix. Das ist Dart werfen. Kannst du gerne machen. Ich halte mich zurück. So, ihr schießt jetzt gleich abwechselnd acht Pfeile. Wir addieren dann immer die Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Die Münze entscheidet, wer anfängt. Und es gibt natürlich einen Probeschuss sehr gerne. Herr Berlin, fang mal bitte an. Ich hab auch noch gar nicht bei Probe. Also Sophia würde anfangen. Wichtig ist, das ist das Mundstück, den Pfeil reinstecken und immer so weit reinstecken, bis es Klick macht. Weil dann ist er safe. So, was? Ne, warte mal. Ja, bis es genau. Ah, okay. Also muss ich rein praktisch, ne? Richtig rein. Kannst auch abnehmen, das Blasrohr. Halt dich halt fest. Was muss ich abmachen, was kann ich abmachen? Das Blasrohr? Nein, das Ding solltest du hier nur abmachen. So, und jetzt Zielscheibe. Zur Hölle ist das denn jetzt auch weit, ne? Ach, damit, mit dem Mund, okay. Ja. Ja, mit dem Arm. So. Mach das mal ab. Das wären fünf Punkte. Ziehen, zieh es ruhig ab. So rum? Genau, so rum. Und bis es Klick macht. Hat es Klick gemacht? Ja. Nicht ganz in den Mund nehmen, Erwin. Deswegen, ich wollte gerade fragen. Nein, nein. Achso, so. Wie eine Trompete, ich wollte es auch gerade sagen. Aber getroffen. Aber gut. Und sogar acht Punkte wären das gewesen. Aber das war nur die Probe. Jetzt geht's nochmal oder richtig jetzt? Jetzt geht's richtig los. Ich fang an. Du fängst an, genau. Noch überall. So, also das sah beim ersten Mal schon sehr, sehr gut aus. Und auch das sollte eigentlich dann von Versuch zu Versuch immer besser werden. Oh. Oh. Schöne acht. Eine acht. Notieren für Sophia. Nehmen wir vorhin so eine kleine Zielvorrichtung. So, Evelyn. Vorhin auch einen schönen Treffer gehabt. Zehn. Ja, guck mal an hier. Guck mal an. Zehn. 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 Also, leicht links. Auch versuchen, ein bisschen zu analysieren. Wir haben ja vorne, wie gesagt, so eine kleine Zielvorrichtung drauf. Die sollte dann natürlich auch schon möglichst oben sein. Evelyn, muss man eigentlich nichts erklären nach dem ersten Wertungsschuss? Oder war es ein Zufallstreffer? Oh. Ja, ich sag mal so. Egal, wie es klingt, sie ist erfolgreich. Also, mach dir eine acht. Acht. Musst du erst mal machen. Ja, ich hab manchmal Schiss beim Eidatmen, dass es auf einmal reinkommt. Ja. Aber das passiert nicht. Weiß ich nicht. Aha. So, Sophia tastet sich auch an die Mitte ran. Mach dir eine neun. Neun. Ich bin immer noch am Ziel. Ich auch. Das ist wirklich gemein, ne? Das Spiel danach zu machen, wo man ja die ruhige Hand braucht. Fies. Oh, schade. Schokolade. So. Das war eben eine Sieben. Aber eine Siebenin. Ja. So, damit aber... Schön für uns. Ausgeglichenes Spiel. 25 zu 25. Also, wirklich fast zentral. Genau. Ganz, ganz stark. So, Sophia ist drin im Wettkampf. Evelyn muss an ihre alte Stärke anknüpfen. Sie hat das vorhin schon super gemacht. Ja. Wie oft müssen wir das machen? Die Pfeile. Ist nur ein durch. Oh. Ne. Oh. Oh. Schade. Der kann hinten raus noch wehtun. Nur eine Zwei. Ja. Zwei. Aber wie gesagt, da haben die beiden sich vorher in dem Spiel verausgabt. Und jetzt scheinen bei beiden die Hände ein bisschen wackeliger zu werden. Zittriger. So, wie viel haben wir noch? Aber auch die Chance natürlich für Evelyn hier wieder den Anschluss zu schaffen. Das war nur eine Eins. Eins. 12 Punkte also. So. Noch drei für jeden. So. Und auch Sophia hat jetzt ihre Probleme hier. Oh, oh, oh. Ne, drei. Drei. Wie gesagt, 30 kann sie eigentlich noch holen hier. Drei mal nach 10. Och, was ist das denn? So. Und jetzt hat sie allerdings eine Streuung. Hey. Eins. Mhm. So. Und Sophia ist wieder da. So. Ganz, ganz stark. So. Und jetzt können wir ja mal gucken. Neun. Die Neun. Mhm. Geht da noch was von? Ne. Guck mal. 29, 52. Na, lass sie noch schießen. Evelyn macht trotzdem noch mal eine Sieben. Aber hat eh keine. 20 konnte sie nur noch machen. Sieg also für Sophia. Dein Lippenstift ist bestimmt. Ja, 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 ja. Ich kenn das alles. Wir wollten eigentlich Mikado danach spielen, aber. Verrutschen. So. Nochmal 10 Punkte dazu für Sophia Tomala. Damit hat sie jetzt schon 48 Punkte. Sieben hat Evelyn. Sieben. Ja. Ich habe Evelyn. Ja. Ja.